Ja, hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar werde ich einen Termin festlegen für einen Mario Kart Raumrennen. Und zwar nicht irgendein Raumrennen, sondern ein Speedhack Raumrennen. Also mit 250 kmh draußen wir dann über die Strecke. Und wer mitmachen will, soll seinen Code einfach in die Kommentare schreiben und schreiben, ich bin dabei. Ja, ihr seht schon meinen Namen, ich bin Hacker und der Freundescode lautet 447070992846. Und ich möchte bitte nur, dass Hacker mit Speedhack den Code in die Kommentare schreiben. Wann der Termin ist, seht ihr dann ja im Titel. Und ich werde euch das jetzt einfach mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Und ja. Weil das so schnell ist, nehme ich immer das langsamste Bike mit der meisten Beschleunigung. Und wir joinen einen Freund von mir. Und wir haben Glück gehabt, dass wir noch in den Traum gekommen sind. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Code einfügt und so. Also ihr müsst einfach mein Tutorial angucken, wie hackt man Mario Kart Wii. Dann müsst ihr noch angucken, ach wie heißt's, Mario Kart Wii, Speedhack 250 kmh plus Code. Und da seht ihr dann halt den Code. Und wenn ihr beides gemacht habt, habt ihr dann halt Speedhack. Und wie das aussieht, seht ihr ja gleich. Ja. So, jetzt halt noch kurz. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, den Freund, den ich gejoint habe, der ist nicht mehr dabei. Vielleicht ist es jetzt China-Hack, aber ich weiß nicht genau. Kann sein. Oder vielleicht ist auch ein alter Freund von mir, China-Hack, also, den hatte ich sogar schon einmal, dreimal. Und, äh, jetzt muss ich gleich mal was sagen. Ich lasse mich natürlich letzter werden, weil das wäre ja unfair für die ganzen anderen Spieler, ähm, die da mitspielen. Ich bin die Hacker, ich kann mir die ganzen Punkte wieder draufhägen. Ähm, ich habe auch 35 Punkte, 1000 Punkte. Wer mich ändern will, kann mich gerne ändern, aber bitte erst nach dem Termin. Also bei dem Termin möchte ich nur Leute mit Speedhack im Raum haben. Also ich tue euch den Code wahrscheinlich auch nochmal in die Kommentare. Und vielleicht auch noch das Video, ähm, den Link zu meinem Video, wie man Mario Kart hackt. Kein Problem, warum soll ich das nicht tun? Und wir fahren Donggai Kong Schikane, meine Piste. Da kann ich euch gleich mal einen kleinen Fail vom Speedhack zeigen. Nämlich, wenn ihr aus den Kanonengeschossen kommt. Ach, ihr seht's ja jetzt selbst. So, ihr seht schon, ich bin viel schneller als alle anderen. Ich mach das jetzt einfach mal ein bisschen lauter. Und das ist der Film. Hier, es liegt voll gegen die Wanddorf. Und das ist richtig, aber das ist halt übel schnell, denn das ist lang. Hier im Hüttel wird man irgendwie langsamer, keine Ahnung, warum. Also ich seht schon, wenn ihr da Fanggai mit dem Borsebike oder dem Torped nehmen wollt, das ist ein schlechter Weg. So, jetzt fliegt man wieder voll an die Wand. Und jetzt seht ihr vielleicht auch, warum ich nur Speedhacker in meinem Raum haben möchte, weil, ähm, weil ich nämlich, weil es nämlich sonst auch unfair wie die anderen wäre. Boah, 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 was geht hier ab? Also, nur Speedhacker, ne? Auch keine normalen Hacker. Nur Speedhacks. Also nur welche, die auch den Speedhack wirklich haben. Hohoho. Und da fanden wir halt ein Versus-Rennen, also es ist kein Spaß-Rennen, das ist ein Rennen jetzt zum richtig gewinnen. Also nicht da stehen bleiben und dieses, dieses Zeichen machen, wo man den Mini-Toro und den halben Willi macht. Das ist nicht so ein Rennen, das ist einfach nur ein Spaß-Rennen. Ich werde da auch mehrere Katze von machen. Aber ich werde euch natürlich immer Bescheid sagen, wann der nächste Termin ist. Okay, wir sind schon, wir haben sie schon gerundet, aber ich werde natürlich nicht erst, ich werde einfach warten. Oh, war der jetzt im Ertritt? Fahre einfach ein bisschen drückwärts, hab Spaß. Okay, mal da. Oh, ich dachte, jetzt die Tonett mehr schon erst, aber wir sind richtig gut, ey. Oh, nein! Ja. Sie schießt mich nur ab. Und das ist halt jetzt doof, aber ich kann ja nicht einfach mich gewinnen lassen, also. Was macht sie hier? Hält sie stehen? Hey, sie macht das mit! Wieso tut sie das? Hallo? Nein, aber ich möchte Letzter werden, also gehe ich hinter sie. Na? Nein. So. Haha, ich bin Letzter. Gut, ist ja wurscht. Ich kann mir die Punkte natürlich zurückhacken. Und eigentlich könnte ich sogar noch ein Rennen machen. Das hat eigentlich ganz schön Spaß gemacht. Joa, ich mach noch eins. Also macht echt fun. Vor allem, sie bleibt stehen und macht das dann noch mit, ey. Mal sehen, ob mich mein Freund gejoint hat, aber ich glaube nicht, weil der Traum war ja voll. Nee. China Hack ist auch kein Hacker, wie ich in den letzten Tränen festgestellt habe. Aber auf dem Anzug so viel heißt der, glaube ich, ABR Lukas und früher hieß der auch China Hack. Und deswegen dachte ich eigentlich, der wäre ein Hacker. Na, was lieber denn? Mega mal. Ja, das wird das letzte Rennen für heute. Ist ja auch nur ein Termin, also. Aber ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ich Letzt Hack Mario Kart Wii Online mit Speedhack machen soll. Mach ich gerne. Also hier kein Problem. Okay, die Strecke mache ich die so und nicht so. Wir sehen, ob sie das wieder mitmacht. Nein, das macht wirklich nicht. Ist auch egal. Oh je, ich sehe schon, das wird es schwer. Und wenn ich Letzt Hack Speedhack Mario Kart Wii Online mache, dann hack ich mir 35.000 Punkte, damit ihr auch richtig viele Plus kriegt dann. Ach, schade, fast wäre ich richtig um die Kursen gekommen. Ach, schade, fast wäre ich richtig um die Kursen gekommen. Ey, jetzt muss ich was versuchen, Leute. Ey, Leute. Ohohoho. Leute. Leute. Ich bin da rüber gejumpt. Habt ihr das gesehen, ey? Alter. Ist ja neu. Wenn die Runde jetzt zählt, wäre das neue Glitchhack. Äh, wieso zählt die Runde nicht? Wieso bin ich immer noch Erster? Aber die Runde zählt doch gar nicht. Hä? Irgendwer stimmt hier. Okay, jetzt bin ich auf der Fünfte. Oh. Das war jetzt für nichts. Naja, das ist ja gut. Alter. Naja, das ist halt der Fail, wenn man das leichteste Bike hat, was es gibt. Oh ja. Nein. Wehe, Schi-Kai. Also, ich möchte auch noch mal alle grüßen, die da in dem Raum mit dabei waren. Vielen Dank fürs Mitspiel. Hat Spaß gemacht mit euch. Und macht es immer noch. Aber jetzt wird es auf jeden Fall noch ganz schön dunkel hier. Ui. Also, denkt an den Termin. Ich werde auch noch schreiben, wann ich den mache. Und ich denke mal, so um fünf, um fünf Uhr abends. Ja, so ungefähr. Ich werde nicht mehr. Ich werde es natürlich beeilen. Ich werde es natürlich beeilen, was ich jetzt erwähnt. Ich habe den in China getroffen. Nein, du wirst nicht letzter werden. Ich will kein Böse Hacker sein, der zu gut schiebt, der Hacken gewinnt. Ha, ich habe es geschafft. Hallo. Ja, vor allem sie möchte ich noch grüßen und es hat tatsächlich einer geschafft, sich hinter mich zu schleichen. Aber ist ja wurscht, der hat wahrscheinlich ausgemacht und wer auch immer Dollar oder was das für ein Zeichen ist, soll ich bitte melden, den würde ich gerne adden. Ähm, ansonsten danke für das Gucken und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.